und darfst du auch bei ihm wohnen finde ich gut so und arbeiten ist auch von anfang an ganz klar miene und dann haben wir da auch noch mal fünf drin das ist super ich muss jetzt ganz kurz mal schauen wo da überall nichts ist sind das alles leute die noch nicht arbeiten können die lorelei hat keine arbeit mehr die könnte ich doch eigentlichen auch dann geht es dir bestimmt besser bergarbeiter das ist die erste die noch mal neu zugeordnet werden musste weil sie aus der mutterschaft rauskam und ihr alter job weg war so sie hat lorelei das ist auch toll ich weiß nicht was das bedeuten soll aber nein verwaltung so noch mal gucken ist irgendwas nicht in ordnung häuser wie habe ich jetzt alles schon repariert das ist richtig das ist sowieso richtig ja 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 näherei was fehlt säckchen leinen gewebe oder müssen wir leinen gewebe machen obwohl nehmen müssen wir nicht so was macht ihr noch pelz umhang ich glaube wir brauchen im moment auch kein säckchen mehr dann machen wir da noch ein bisschen da noch ein bisschen und noch mal da und noch mal da und noch mal da und dann passt das so noch irgendwas und es ist nichts kaputt haben wir wirklich alles toll ich bin jetzt nur mal furchtbar gespannt ob die das hinkriegen mit dem willst du was willst du was nein und hier erst mal dahin das muss der ganze sein bist du das kann ich sein dass er meine frau oder ist das gar nicht meine frau doch doch nicht wirklich also als mich trägt sind dann seine fische bis zu unwiderstehlich kannst du welche besorgen klar das könnte sogar was bringen machen wir doch mal tagebuch auch der meister fischer sprich mit den meister fischer das macht nix ich spät mit dem meister fischer vielleicht lerne ich da ja auch was nein katze so warte mal was ist denn damit das will ich auch noch mitnehmen das kann ja sein dass das noch wichtig wird das scheint da drin zu sein du du nee doch ja ich könnte ja was geht's hin klar hübschbär hübschbär mhm so dann schauen wir noch mal ganz kurz sprich mit dem meister fischer karte wo ist der meister fischer hallo hallo ich in die richtung ist ja nur etwas hernecker äh tagebuch hübschbär 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 äh lesnika ne da jeserika ja das machen wir aber ne prum 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 ja kummer hier frühling und die sind am machen das ist so schön ich bin sauber ich habe bin genährt super jeserika ja das teuerste ja klar nicht ganz ok mhm mhm der meister fischer vielleicht bringt er mir was bei oh das ist ein attentäter und eine frau will mich loswerden das ist es Das ist es. Angelstille entdeckt Hecht. Und das ist mein Farid. Hi. Meine Frau hat mir von dir erzählt. Tut mir echt leid, die Schuld dafür kannst du aber wirklich nicht mir geben. Ich kann nicht dafür, wenn es nicht aufhören kann, an mich zu denken. Es ist einfach der Effekt, den ich auf Frauen habe. Was bitte? Es geht um deine Fischsuppe. Oh, Mann. Oh ja, dann meine Fehler. Ich bin so auf viele Arten und Dinge, davon tut man sich schon mal. Kriege ich eine Scherle von der Fischsuppe? Sicher, aber hättest du nicht sogar noch viel mehr Lust auf eine Wette? Was für eine Wette? Wie wäre es mit einem Wettfisch? Ich wette, ich erwische mehr Fische als zu, sagen wir in einer Stunde. Meisterfischer? Sehr richtig. Wieso soll ich dich denn herausfallen? Ich kann doch nur verlieren. Ha, dann würde ich mich aber dann zögern. Ich wette, um 50 Minuten, dass du mir die Sünden nicht verkaufen wirst. Mir fällt schwer, aber so leicht kommt es mir nicht davon. Hier hast du das Geld. Ha, ich wette, du hast das nicht bekommen sehen. Tut mir leid, aber doch. Verflucht, du bist ein besserer Spieler, als ich dachte. Ich würde gerne, das ist natürlich super. Gut. Quade, warte. Ich wette nochmal 100, dass du es nicht schaffst, 5 Minuten lang still zu sein. Fische sind dämlich. Du bist demnig Mist. Nimm einfach etwas davon wieder und gib mir die Suppe. Schön, keine Wetten. Trotzdem werde ich nicht einfach so verkaufen. Ich lade in Tauschhandel vor. Was brauchst du? Ich mag da also beste Fiesener, aber ich bin kein so guter Jäger und ich wollte schon immer einen Wiesendschädel haben zu Dekorationen und so. Äh, gib ich das aber gut. So, wie geht das? Wiesendschädel. Warte mal. Da muss ich ganz kurz mal reinschauen. Tagebuch, wie er das meint. Wiesendschädel, ja, wo kriege ich denn den her? Ja. 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 So. Nein, Karte. Menschen, Quests, alle Gebäude. Quests. Ne, das ist das, ja. Äh, Häuser, Gewinnung, Jagd. Landwirtschaft, Tierhaltung, Produktion, Dienstleistung, Lager. Fallen, wilde Tiere. haben wir hier irgendwo in der Nähe. Äh. Wiesend. Ja, Bär, Fuchs. Och, sag mal. Da. Und bei D, Nika. Mhm. So, wie weit ist das? Machen wir. Machen wir. Machen wir. Und wieder habe ich kein Pferd dabei. Na, so weit ist es ja nicht. Kilometerchen. Ich würde jetzt gerne diesen Raketenrucksack-Trick von No Man's Sky, was wir nachher noch spielen. Mhm. Äh, also für alle, die jetzt im Livestream sind, was niemand ist. Oder, ja, jemand guckt da wohl zu, aber sehr lurkig, also nichts von gehört. Genau. Ja. Okay, langsam. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso ist bei 5, also der Bogen, ja. Ist ja schon wichtig, ne. So ein Wiesend. Aber Wiesende sind relativ einfach zu jagen, glaube ich. Das heißt, wenn die mal böse sind, dann, ja, dann. Na toll. Aha, ja, Eisenpfeil halt, ne. Da müsste, ne, das war falsch. Da ist noch einer, ne. Äh, wie war das nochmal mit alt, ne. So. Komm, hör auf. Eisenpfeil halt, ne. Und neues Level Jagd. Wow. Tja, ich wollte es ja eigentlich nicht, aber jetzt müssen wir erst mal. Technologie, genau. Aber hier Fähigkeiten, so. Da, Jagd. Jagdwissen. Das ist egal. Ruhige Hand. Schleicher. Nein. Fähigkeiten, deshalb brauche ich nicht Haupttier. Nein. Nein. Hm. Mhm. Oh. Das nehmen wir trotzdem. Ist auch gut. Was? Nein. Was? Ich hasse das. Aber egal. Kriege ich halt mehr Erfahrung. Ist auch gut. Also, ne, ich hab noch, ich hab noch Ausdauer. Ja, ich müsste ein bisschen was essen, aber das hat noch Zeit. Ich will nur ein Wiesentjagen. Das heißt, ich will nicht. Dieser seltsame Kerl zwingt mich dazu. Was haben wir denn hier? Das sieht seltsam aus. Ist aber nur... Gar nichts. Okay, super. Haben wir auch noch einen See im Weg, ne? Ja. Hat den Vorteil. Aber... ...den Nachteil... Das sieht alles so aus, als würden die mir irgendwie was zeigen wollen, aber... Ah ja, gut. So. Wiesente. Also, Wolf... Einer. Wiesente. Müssen wir schauen. Das ist kein Wiesent. Nein. Aber hier sind... Da ist es schon. So. Okay. Schöner ran. Und tot. So. Äh. Ja, toll. Und jetzt? Ähm. Moment. Ah, L-Trophäe. Ach, das ist das. Aha. Willst du mich verarschen? Mhm. Es ist gar nicht das. Ich muss es kaufen. Arsch. So, wo haben wir denn da einen Jäger? Ja, ist gut. Alles. Ich würde sagen, gehen wir da mal hin. So, hoffen, dass wir da irgendwie einen Jäger haben. Wenn nicht, dann müssen wir uns da schnell hin teleportieren. Kostet ein bisschen Geld, aber wenn wir was haben, dann ist es Geld. Hau ab. Ja, ja. Ich tue dir nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Ich gehe da hin und hoffe, dass ich da einen Jäger finde. Weil sonst wird das eng. Aber das sieht gut aus. Hier gibt es Händler. Ich dachte, es wird dunkel. Wird es aber nicht. Händler. Handarbeit. Kochen. Mal gucken mal. Bist du? Nein. Ich glaube, du bist das, ne? Ja, ist gut. Oder warte mal. Ey. Wo finde ich? Händler. Jagd. Jäger müssten das sein. Aha. Lesnika und Tutki. Lesnika und Tutki. Nö, nö. Goodbye. Lesnika. Na? Lesnika. So, hier raus. Das sollten wir noch schaffen. Sonne steht schief, aber sie steht... Äh, tief. Nicht schief. Und... Dadam, dadam. Ich muss beim Jäger eine Trophäe kaufen, obwohl ich hier etliche Wiesente schon erlegt habe. Und hat aber alles was für sich. Man kann noch mehr Tiere. Ja, komm her. Komm. Warum, glaub ich, weißt du mir aus? Das wollte ich ja gar nicht. Tut mir leid. Der Pfeil? Jetzt ist er weg. Naja, egal. Trocknfleisch. Na, vielleicht liegt er hier, ne? Eisenachs nehme ich. Ist richtig teures Zeugs. Ich muss... Ich retwee was. Ich schü Senhk сам. sett!